Das ist meine Gelder. Das ist die Frage, ob man da natürlich den Monitor gut sehen kann, den ganzen Schneegestöber. Vielleicht soll ich da den dunklen Kontrast gleich mal wählen. Mal gucken. Wir werden mal hier rumschlenken. Ja, das Hattinger hier. Aus meinem Flurfenster raus. Der Ausschnitt ist aber kleiner. Der ist kleiner, der Ausschnitt. Oh, Batterie ist gleich alle. Shit. Schnell nochmal rüber schlenken und so viel aufnehmen, wie das nur geht. Auf zu husten. Das nimmt alles auf hier. Ich bin überrascht, den Internet. Der bleibt nicht liegen. Es ist zu warm. Ja. Da wurde mir schon wieder aufgetaut. Gucken wir mal. Ich bin bei der Erinner. Ich bin Schneegestöber. Hallo, du kannst ja keinen Namen nennen, wenn ich filme. Ich bin in Kognito. Ich bin in Kognito. Ich werde den Film mal jetzt beenden. Die Batterie ist ja sowieso noch geil. Und Schnitt. Wir wissen, was man die Haare zeigt nicht schon ung取bar wird. Nur wenn die Hive haben. Vielen Dank.